Hallo, kommen Sie gerne rein. Ich bin Lisa Schindelbeck, die neue Kaffee-Betreiberin von der Genussheldin. Guckt Sie rein, ich zeige Ihnen ein bisschen das Kaffee. So, hier ist der Eingangsbereich, der ist noch ein bisschen in der Waffe. Wir sind gerade noch ein bisschen Baustellenromantik herrscht hier, aber das wird. Lassen Sie sich bereits noch mal in den zweiten Zweifel öffnen. Einmal die Küche. Können Sie gerne einmal kurz reingucken. Sehr viel Platz für unser Angebot und dass wir alle so fertigen können, sowohl die Catering-Sachen als auch für den täglichen Kaffeebedarf. Genau, und dann geht es hier weiter in unseren Kaffee-Raum. Da sind ungefähr 25 bis 30 Sitzplätze. Wir halten es ein bisschen gemütlich, wie zum Beispiel hier die beiden kleinen Sitzer zusammen auf dem Koffer. Genau, hinten in der Couch ist ein super, super guter Platz für die Gemütlichkeit, gerade am Nachmittag für den Kaffee zu suchen. Hier hinten haben wir ein bisschen unsere Catering-Sachen stehen. Kühltour, da hinten ist ein bisschen der Catering-Bedarf. Genau, Kultentoilette, Abstellraum. Und das war das kleine gemütliche Kaffee. Am 9.02. ist unsere Eröffnung hier im Kaffee. Ab 12 Uhr laden wir Sie herzlich ein, um mal vorbeizukommen, um unsere Leckereien und uns als Team kennenzulernen. Je nach Wetter gibt es vielleicht draußen unseren Wagen mit Glühwein, es gibt ein Klass-Sekt umsonst. Und kommen Sie einfach vorbei, probieren Sie unsere Leckereien und wir freuen uns auf Sie.